Keine Ahnung, wie du es geschafft hast, aber du hast Zustand bei mir im Training, okay? Bitte blamier mich nicht von meiner Mannschaft. Alles was ich will, blamier mich nicht. Mach keine Faxen, nenn mich nicht Pudelbär, nenn mich nicht Stugelbär, gar nichts, okay? Da einfach leise, okay? Bitte ruf mich nicht. Bitte nicht am letzten Mal, okay? Ja, jetzt entspann dich, bitte. Gehen wir. Hey Jungs, was geht ab? Was geht ab? Meine Freundin schaut auch heute zu, deswegen einfach spannend. Eine Frage, wer ist besser, Messi oder Ronaldo? Yo! Willst du ja nicht, Digga? Was ist hier Problem? Was kannst du dich fragen, Mann? Warum, Mann? Was kannst du dich machen, Alter, Mann? Dann hab ich doch gesagt, sag einfach leise, Mann. Kann ich einer stoffen, Mann? Mach mal auf dich. Schatz! Yo! Was ist denn jetzt, Mann? Was ist denn jetzt, Mann? Mir ist so... Was ist los? Was willst du? Mir ist kalt. Ich hab Training. Was soll ich machen? Soll ich meinen Pulli ausziehen, oder was? Willst du kein Gentleman sein, oder was? Nein, keine Chance, den kriegst du nicht. Nein, keine Chance. Dein Ernst? Du bist mein Freund. Nein, keine Chance. Schatz! Kann sie mal leise sein? Was willst du von mir, Mann? Was denn? Du schenkst mir gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Was willst du? Wir chillen doch jeden Tag, Mann. 24-7, Alter. Du bist hier beim Training. Keiner macht das, Mann. Keiner ist mit seiner Freundin hier, Mann. Was willst du von mir, Mann? Das passt zu dem, zu dem Linken. Da hinten. Ja! Nein, nicht da! Oh! Weißt du was? Ich hör auf. Ich kündige. Serien Männer. Halt rein. Er war eh scheiße. Ich bin j böse und die Angst hast. Ich bin jemals. Ich bin jemals. Vielen Dank.